Eine Botschaft in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf einen oder deinen Herzmenschen. Eine Botschaft, die etwas mit einer Beziehung zu tun hat. Und zwar eine Beziehung, die kaputt gegangen ist. Eine Beziehung, die in diesem Moment, wenn du das Video schaust, gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, man hat sich gestritten, man hat den Kontakt abgebrochen, man hat sich getrennt. Dieser Mensch ist nicht da, diese Verbindung ist kaputt. Ja, da schauen wir jetzt weiter rein. Und das ist hier so ein Mensch, bei dem dürftest du dich fragen, ist es noch sinnvoll? Lohnt es sich noch irgendwie festzuhalten? Ich habe das Gefühl, in die Richtung geht die Botschaft heute, ob es sich lohnt noch festzuhalten für dich. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht mehr das, was es mal war. Und es war mal richtig, richtig schön. Ja, diese Karte, dafür liebe ich ja wirklich diese Decks. Dieses Riesenrad, das hat sich ja mal gedreht. Dieses Riesenrad, das hat mal wunderschön geblinkt und gefunkelt. Man kennt es von jeder Kirmes, ja. Da war Musik, es war einfach schön, damit zu fahren. Jetzt ist es das hier. Ja, verrottet, vergammelt. Und da ist nichts mehr zu holen. Es bewegt sich nicht mehr. Ihr habt keinen Kontakt. Und das schon seit einiger Zeit. Ja. Es ist Zeit vergangen, soll ich dir sagen. Und es musste Zeit vergehen. Diese Zeit war notwendig. Ja. Und ich habe das Gefühl, du hast sehr viel Druck gemacht. Du hast für dich selbst Druck erzeugt. Du hast aber auch vielleicht diesen Menschen hier irgendwie unter Druck gesetzt. Du wolltest unbedingt etwas. Du konntest gar nicht abwarten. Dir ging es nicht schnell genug. Auch jetzt gerade geht es dir nicht schnell genug. Aber. Und da kommt die Botschaft ins Spiel. Ja. Kein Druck erzeugen. Damit kommt man in dieser Situation nicht weiter. Denn bei euch beiden geht es hier um einen richtigen Zeitpunkt. Ja. Abwarten. Die Botschaft ist ganz klar. Es musste Gras über diese Situation wachsen. Dieses, wo du jetzt da sitzt und sagst. Ja, aber. Ja, der ist nicht da. Und der lässt sich so viel Zeit. Und ich habe ewig nichts von dem gehört. Abwarten. Und wenn du sagst. Nee, ich habe aber keine Lust abzuwarten. Dann ist das auch vollkommen okay. Ja. Aber dann hättest du ja jetzt wahrscheinlich nicht den Gedanken. Dass du irgendwie noch an diesem Menschen hängst. Also dann wäre die Legung jetzt nicht für dich. Also. Wer heute in Resonanz geht, fragt sich, warum dauert das so lange? Weil ich spüre innerlich, wir sind noch verbunden. Ich spüre, das kann es noch nicht gewesen sein mit dem. Ja. Und trotzdem passiert nichts. Ja. Das hat einen tieferen Zweck. Einen tieferen Sinn, sagen die Karten. Und deswegen siehst du jetzt in diesem Moment das Video. Weil wir genau da jetzt drauf eingehen werden. Ja, meine Lieben. Falls ihr euch auch ein schönes Deck für zu Hause holen möchtet, ich verlinke euch die Decks, mit denen ich immer so lege, alle unter dem Video. Entweder seht ihr da kleine Bildchen, da könnt ihr draufklicken. Oder aber auch in der Videobeschreibung. Dafür einfach auf den Titel vom Video klicken. Okay. Hier ist jemand nicht mehr da. Jemand lässt sich Zeit. Etwas ist schon vor langer Zeit kaputt gegangen. Könnte auch die Botschaft sein. Du wartest auf etwas. Vielleicht auf ein Zeichen, auf eine Nachricht. Okay. Die Karte will sich zeigen. Der Hierophant. Schicksal. Hohoho. Jo. Es ist Schicksal. Diesen Weg, den du da mit diesem Menschen gehst. Selbst wenn ihr keinen Kontakt habt, ist das ja ein Weg, den man irgendwie geht. Das ist Bestimmung. Sagt der Hierophant. Meinetwegen hatte er noch eine Lernaufgabe auf seinem Weg. Die war noch nicht beendet. Und die wurde deswegen getrennt. Oder aber bei dir gab es noch eine Lernaufgabe. Manchmal sind diese Kein-Kontakt-Phasen im Grunde nur eine Vorbereitungszeit vom Universum. Damit beide reifer werden. Damit beide freier werden. Vielleicht wart ihr ja noch vergeben damals. Und das nächste Mal, wenn ihr euch begegnen solltet in diesem Leben, seid ihr beide Single. Also, was noch? Ich sehe die Herrscherin sehr, sehr nachdenklich. Und das bist du. Du hast diesen Menschen noch nicht komplett abgeschrieben. Ja? Du weißt... Mal angenommen, du bist jetzt hier der Freizeitparkbesitzer. Und du weißt, ja, das Riesenrad, das ist kaputt. Da haben wir lange keine Kohle mitgemacht. Das hat uns lange keine Freude gebracht. Irgendwie belegt es auch diesen Platz hier im Freizeitpark. Aber du als Chefin, als Herrscherin des Freizeitparks hast es noch nicht abgerissen. Warum denn nicht? Wenn es doch so kaputt und marode ist. Warum hast du es denn noch nicht abgerissen? Warum hast du diesen Menschen noch nicht über alle Berge geschickt? Wieso denkst du denn trotzdem noch regelmäßig an ihn? Warum ist denn da trotzdem noch dieser Funken Hoffnung in dir? Hm. Kann ich dir sagen. Weil, hm, denkt sich die Herrscherin, kann da vielleicht doch nochmal was draus werden? Vielleicht ist es ja nur eine Pause anstatt ein Ende. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages doch noch wieder. Vielleicht ist das ja alles nur ein Missverständnis. Du hast da verschiedenste Gedankengänge. Das strahlt nämlich die Sieben der Kelche aus. Die spricht dafür, dass es mehrere Optionen in einer Situation gibt. Kurz gesagt, hm, vielleicht könnte man das Riesenrad hier nochmal wieder zum Laufen bringen. Ja, vielleicht klatschen wir mal ein bisschen Farbe daran, bauen wieder Lichter an und dann läuft das wieder. Vielleicht muss es ja auch nur geölt werden. Ja, aber vielleicht läuft es auch nicht mehr, ne? Also, du bist dir gar nicht so sicher in Bezug auf diesen Menschen. Du hast dich im Grunde noch nicht festgelegt. Jetzt wird es spannend. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was sagen denn deine Engel zu dieser Situation? Ja, Botschaften der Engel. Was sagen deine Engel in diesem Moment? Warum hast du heute das Video eingeschaltet? Was sollst du jetzt hören in Bezug auf diese kaputte Beziehung? Ich hätte gerne einen... Das gibt's nicht. Ach, herrje. Ich hab's als eine Option genannt. Vielleicht ist es nur eine Pause und kein Ende. Hier kommt die Bestätigung. Und zwar von oben. Es ist nur eine Pause. Und das sage ich ganz bewusst, weil es ist ein Unterschied. Ob's eine Pause ist oder ein Ende. Eine Pause endet und dann geht's weiter. Eine CD, die kannst du anhalten, auf Pause machen und danach kannst du die aber wieder abspielen. Die ist nicht kaputt. Ja? Und das ist deine Botschaft. Das ist deine ganz persönliche Botschaft. Und genau deswegen hast du heute auf dieses Video geklickt oder es ist aus Versehen angegangen. Ne? Manchmal ist das so auf YouTube. Es wird einfach abgespielt. Das war kein Zufall. Von Herzen kann ich dir jetzt empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Sunny Love Tarot. Einfach auf den roten Abonnieren-Button klicken. Dann bist du nämlich im Team Sunshine. Und das soll vielleicht genauso sein. Ja? Meine täglichen Botschaften, die ich hochlade. Vielleicht ist ja morgen auch wieder was für dich dabei, was du hören sollst. Du wartest nicht umsonst, sagt das Universum. Es ist nicht umsonst diese Zeit vergangen, wo sich das Riesenrad nicht gedreht hat zwischen euch beiden. Wo ihr keinen Spaß hattet. Ja? Wo hier kein Strom auf der Leitung war. Es musste so sein, sagt der Hierophant. Ja? Du bist sehr, sehr über dich hinausgewachsen in dieser Zeit. Du bist eine richtige Freizeitparkbesitzerin geworden. Ja? Vielleicht warst du damals nur die Angestellte, die die Tickets verkauft hat. Heutzutage bist du eine richtige Parkbesitzerin. Du bist erwachsen geworden, höre ich in der Zwischenzeit. Und bitte mach dir hier keinen Druck. Bitte versuch hier nicht krampfhaft irgendwas jetzt gerade zu erzeugen. Vielleicht überlegst du irgendwie ein Ultimatum zu stellen. Oder hier irgendwie Druck zu machen mit Nachrichten anzurufen. Nein. Nein, nein, nein. Gib den Dingen bitte Zeit, sagen die Karten. Ja? Es ist nur eine Pause. Nach dieser Pause geht es weiter. Ja? Also, das Riesenrad ist nicht ganz kaputt. Es kann repariert werden, lautet die Botschaft. Du denkst, eure Verbindung ist komplett zerstört. Ihr seht euch nie wieder. Er hasst dich. Nein. Es ist nur eine Pause. Und nur ein ganz bestimmter Zeitraum, in dem ihr euch nicht mehr seht. Es wird weitergehen mit diesem Menschen. Das Magische an der Legung ist, vielleicht hast du wirklich nach einem Zeichen gefragt. Vielleicht hast du gesagt, liebes Universum, wenn dieser Mensch noch irgendeine Daseinsberechtigung in meinem Leben hat, sende mir ein Zeichen. Vielleicht bist du auch gerade voller Liebeskummer und du hast gesagt, bitte, lieber Gott, sende mir ein Zeichen, wie geht es weiter mit uns beiden. Es ist nicht ganz kaputt. Dieses Riesenrad, das ist sehr morsch, sehr marode, da ist viel passiert mit der Zeit, aber man kann es reparieren. Welche Energie liegt denn hier auf dieser Beziehung? Welche Energie will sich zeigen? Auf ewig. Ihr seid auf ewig verbunden. Dieses Riesenrad wird sich auf ewig drehen. Es ist nicht mal die Option da, dass man es abreißen kann. Bevor das geschehen könnte, würde einem irgendwie was dazwischen kommen. Und das ist sehr spannend, mein Lieben, denn wenn man sogenannte Bonds hat, also es ist Englisch für das Band, sage ich jetzt mal, diese Seelenstränge, die kann man nicht trennen. Man kann sie nicht kappen. Deswegen gibt es Situationen, wo man nach 15 Jahren immer noch an diesen Menschen denkt, an diesen Seelenpartner, weil er dein Seelenpartner ist. Du kannst ja auch nicht zu deiner Mama gehen und sagen, so, ab heute bist du nicht mehr meine Mama. Sie ist deine Mutter und das wirst du niemals ändern können. Niemals. Und genauso ist das mit Seelenpartnern. Du kannst ihn hassen, du kannst ihn beschimpfen, du kannst ihn zur Wüste schicken, ins Nirvana. Du kannst sagen, na, nie wieder. Und trotzdem taucht er in deinem Traum auf. Und trotzdem spürst du ihn während des Tages über. Und trotzdem musst du ganz plötzlich an ihn denken. Und trotzdem hast du das Gefühl, du bist bekloppt, weil er einfach nicht aus deiner Energie geht. Ja? Ihr seid auf ewig verbunden. Und ich habe das Gefühl, ihr seid an verschiedenen Orten. Und das Universum möchte dir hier nochmal mitteilen, respektiere den Ort des Anderen. Ja? Respektiere, dass eure Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist. Und respektiere vielleicht auch dieses Vorhaben vom Universum. Ja? Das alles folgt ja hier einer Bestimmung mit dem Hierophanten. Ähm. Respektiere das. Nicht unnötigen Druck erzeugen. Nicht irgendwie künstlich versuchen hier, die Dinge zu beeinflussen. Okay. Was gibt es noch zu sagen in Bezug auf diese Verbindung? Die Hauptaussage für dich, und das sollst du aus irgendeinem Grund wissen, es ist nicht für immer kaputt. Es ist nur eine Pause. Und diese Pause wird enden. Du wirst diesen Menschen nochmal wiedersehen. Wow. Zwei Botschaften. Sieh nur Liebe. Ja, versuch das Gute in dieser Situation zu sehen, zu verstehen. Richte deinen Blick jenseits scheinbarer Irrtümer, Fehler und Missverständnisse. Und sieh nur die Liebe in jedem Menschen. Einschließlich dir selbst. Dein unerschütterlicher Fokus auf die Liebe, die jeder Situation zugrunde liegt, auch das hier geschieht aus Liebe, bringt Heilung auf eine Weise, die du dir nie erträumt hast. Also in dem Moment, wo du vertraust, wo du sagst, ja, das mit ihm musste alles so kommen. Das hat seinen Grund. Er, seine Seele lernt was, meine Seele lernt was. In dem Moment, wo du das wirklich, wirklich fühlst, kannst du atmen. Wirst du frei. Das gibt's ja nicht, ne? Sieh die Liebe, schau mal. Sie schaut aufs Herz und darauf fällt noch das Herzchakra. Liebe ist das Herz dieser Angelegenheit. Das hier geschieht aus Liebe. Dein Herz ist das Zentrum, in dem deine physischen, Dein Herz ist das Zentrum, in deinem physischen Körper. Das stimmt. Das Herz, ja, nur solange das Herz schlägt, können wir am Leben sein. Du kannst ohne Sorge und mit offenem Herzen lieben und zulassen, geliebt zu werden, da wir jederzeit mit perfektem Schutz und Führung zur Seite stehen. Du sollst wissen, deine Engel sind bei dir. Deine Engel haben dir hier nicht irgendwie böswillig was angetan. Deine Engel wollten dich nicht am Boden sehen, weil sie sagen, hee, 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 ha, ha, Madame, Madame, guck mal, der geht schlecht. Nein. Deine Engel agieren immer zu deinem höchsten Wohle. Und dein höchstes Wohl ist die Erfahrung, die deine Seele machen möchte. Vielleicht wollte deine Seele diesen Kummer, diesen Schmerz, diese Erfahrungen machen, die entstanden sind durch diese Pause von ihm. Und deswegen noch einmal hier der Impuls der Engel wirklich. Der Hierophant hat es mir schon gezeigt. Du bist auf dem richtigen Weg. Ihr seid es. Es geschieht aus einem Grund. Und du darfst versuchen, die Liebe in dieser Situation zu erkennen. Manchmal, ja, ist es nämlich die richtige Person nur zur falschen Zeit. Das ist ein Gedankengang, den kann man mal wirken lassen. Ja, zwei Menschen können sich unwahrscheinlich doll lieben, aber die Gegebenheiten können einfach nicht stimmen. Ja, man ist noch verheiratet unglücklich. Man hat noch irgendwie eine Lernaufgabe, eine karmische. Man hat im Job irgendwie was, was einen ablenkt. Oder eine Sucht oder eine Krankheit. Also, es gibt immer Faktoren, weswegen Liebesbeziehungen scheitern. Ja. Und ich habe das Gefühl, das wird hier so ein bisschen übersehen. Ja. Man zeigt hier nur mit dem Finger auf jemanden und sagt, ja, hier, kaputt. Guck dir das an. Kaputt. Und man sieht aber nicht das Warum, weshalb, wieso, wie geht's weiter, ja, wann geht's weiter. Und da hätte ich jetzt ganz gerne mal aus dem wunderschönen Deck besinnliche Nachrichten, der Limited Edition, exklusives Deck, nur zu Weihnachten, ja, so ein bisschen weihnachtlich angehaucht, finde ich so, so schön. eine, oder vielleicht auch zwei Botschaften. Also, was ist jetzt in dieser Situation noch relevant? Was sollst du noch erfahren? Du und er. Team Sunshine. Du und er. Was sollst du erfahren? Die Hauptbotschaft haben wir schon. Vermeintlich kaputt, aber es ist zu reparieren. Oh. Dieser Mensch musste etwas sagen. Ähm, dieser Mensch ist jetzt gerade offline. Vielleicht hat er dich sogar geblockt. Vielleicht hat er deine Nummer gelöscht. Vielleicht hast du ihn geblockt, ja. Also, ihr habt wirklich kein Kontakt. Und da gibt es etwas, was dir dieser Mensch eines Tages gestehen muss. Hier ist ein Geständnis zu erwarten. Ja. Ich will dir was sagen. Eine Mitteilung. Guckt euch das an. Hier ist ein Handy. Das ist offline. Das ist aus. Ihr habt keinen Kontakt. Funkstille. Jemand ist nicht erreichbar. Genau dieser jemand. der sich vielleicht schon so viel Zeit gelassen hat, mit dem hier eine Pause herrscht. Dieser Mann wird dir eines Tages ein Geständnis machen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr werdet nochmal Kontakt haben. Ihr werdet nochmal Kontakt haben. Es wird vielleicht sogar ein Geheimnis sein, was man lüftet. Wo du sagst, was? Vielleicht nennt er dir hier der Neuanfang. Diese Pause. Sobald sie endet, geht ihr beide in den Neuanfang. Es wird einen frischen Start geben. Es wird ihn geben, sagen die Karten. Das ist deine Botschaft. Ich habe das Gefühl, viele von euch haben so gezweifelt oder haben diesen Menschen abgeschrieben, haben gesagt, das wird nie wieder was. Vielleicht ertrinkt ihr auch gerade wirklich in Kummer, in Schmerz und das Universum sendet jetzt deswegen diese Botschaft, um dich so ein bisschen aufzufangen. Also hier ist für viele von euch und da schaut ihr bitte, wie hier in Resonanz geht. Die Botschaft. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Wahnsinn. Hier ist ein Neuanfang. Wow. Und das ist echt ein Ding. Wir haben hier einen Hinweis und zwar die Finanzen. Die Finanzen könnten nie ein großer Faktor sein, warum sich dein Gegenüber zurückgezogen hat. Finanzielle Probleme, Schulden, ein Job, der wichtig ist, eine Karriereleiter, sein Chef-Dasein, dass er ein Chef ist. Ganz wichtig. Und eines Tages, das kann nicht wahr sein, die Zeit. Abwarten haben wir vorhin thematisiert. Ja? Du wartest ja nicht umsonst. Und jetzt haltet euch fest. Das Warten zahlt sich aus. Das Warten, dass du jetzt da sitzt, dass du diese Zeit durchmachst hier, dass diese Pause gerade geschieht. Es wird sich später auszahlen, dass man da durchgegangen ist. Es ist wie, als würde der Weihnachtsmann kommen und sagen, ho, 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 Kinder, was? Ihr dachtet, heute gibt es keine Geschenke? Na dann, passt mal auf, was ich hier Schönes im Sack habe für euch. Ja? Was ist das Geheimnis, was gelüftet wird? Wenn der Sack aufgeht und man denkt, oh, was? Bescherung! Ja? Weihnachtsmann, wir haben ein ganzes Jahr auf dich gewartet. Endlich ist er da. Ja? Du hast so lange auf diesen Menschen gewartet. und das Warten zahlt sich aus. Da, da ist es, die Verbindung. Es wird nochmal eine Verbindung geben zwischen euch. Ich habe sogar das Gefühl, boah, ihr glaubt nicht, ich sehe gerade so groß und leuchtend das Wort Neubeginn vor mir. dieser Neuanfang, das ist, es ist Bestimmung. Eure Hände werden sich nochmal berühren. Man wird sich hier irgendwie nochmal näher kommen. Man wird sich dann auch nicht so schnell wieder voneinander trennen, kommt mir rein. Dieser Mann wird dir irgendetwas erzählen, wovon du bis dato noch nichts wusstest. Etwas, was dich überraschen wird. Etwas, wo du sagst, was? Vielleicht sagt er dir sogar, ich wurde von der Mafia verfolgt, keine Ahnung, die haben mich hier gezwungen, die 100.000 Euro, die musste ich aufbringen und ich wollte dich fernhalten. Wie in so einem Film. Mir kommt gerade so ein Film rein. Natürlich wird es nicht das sein. Ja, aber ihr wisst, so eine Situation, wo die Frau sagt, was ist passiert? Und das hat irgendwas mit Geld zu tun. Weswegen es hier so lange dauert am anderen Ende. Weswegen es hier gerade wirklich nicht leuchtet. mit sich nicht dreht, das Riesenrad. Ja? Und das ist auch der Grund, warum du dich intuitiv entschieden hast, nicht das Riesenrad abzureißen. Als Freizeitparkbesitzerin, ja? Weil du wusstest, da kommt nochmal was. Und du darfst hier wirklich versuchen, mit Liebe an diese Sache ranzugehen. Ja? Versuchen irgendwie, die Liebe in dieser Situation auch zu sehen. Guckt euch das an, was hier unterm Engeldeck liegt. Hinterfrage die Situation. Du, du übersiehst etwas. Oder aber, du hast hier eine, eine andere Annahme, als der Wahrheit entsprechend. Ja? Also, du sagst, das ist so und so mit ihm, aber in Wahrheit ist es so und so. Die Engel wollen dir hier irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel ermöglichen. Ja? Dass er das hier vielleicht auch gar nicht so böswillig macht, mit der Liebe in der Situation, sondern eher, weil es muss. Ja? Also, hinterfrage diese Situation gerne noch einmal. Es ist nicht alles so, wie es scheint. Wow. Wow, wow, wow. Haben wir hier eine Tendenz, wann? Haben wir eine Tendenz, wann diese Begegnung, diese Verbindung wieder stattfinden könnte? Ist auch witzig, ne? Guck mal, diese Lichterkette leuchtet. Das Riesenrad leuchtet ja nicht mehr. Irgendwann wird hier wieder so Strobe angehen, ja? Wann? Wir nehmen nur die Karte, die sich gedreht hat. eine Woche, ein Monat. Ist für heute, für diese Legung so die Zeitenergie. Das ist so die Zeitqualität, ja? Eine Woche bis ein Monat. Könnte es sein, dass hier wieder so ein Lämpchen angeht am Riesenrad. Ja? Es kann auch sein, dass so in einer Woche, einem Monat, je nachdem, ne? Da muss jeder für sich reinfühlen. Ähm, irgendwie etwas geschieht in dieser Situation mit ihm. Ja? Zum Beispiel, das ist immer schwierig, sowas in Worte zu fassen. Ähm, eine zufällige Begegnung, aber aus der Ferne. Ja? Oder du siehst irgendwie sein Auto und das ist wirklich sein Auto geparkt beim Bäcker, wo du dann lang gehst. oder also hier könnte es zu irgendeiner Überschneidung kommen. Eine Überschneidung eurer Energien kommt mir rein. Muss kein aktiver Kontakt sein. Ja? Aber irgendwie denkt man sich, ach, hier, hier, oh Gott, da vorne, da ist er. Also, als Beispiel. Oder natürlich auch der richtige Kontakt. Fakt ist, jetzt in diesem Moment habt ihr keinen Kontakt. Er ist offline, der ist raus, der hat sich hier wirklich abgekapselt, der hat vielleicht sogar ganz neu angefangen, hat sich vielleicht sogar eine neue Partnerin geholt, ja? Aber, heute ist nicht aller Tage Abend, sagen die Karten. Ich komme wieder, keine Frage. Es wird hier nochmal weitergehen. Und eine Bescherung ist echt was Tolles. Wenn man Geschenke kriegt, dann ist man so, ahhh, danke, 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 das kommt mir gerade rein, danke Universum, oh Gott, meine Gebete wurden erhört, ja? So ein bisschen so nach dem Motto. Liebes Teiro, ich hätte gerne noch eine abschließende Botschaft. meine Lieben, vier der Schwerter, die vier der Schwerter ist die Regeneration, diese Zeit, jetzt bitte nutzen, um selber wieder auf die Höhe zu kommen, ja? Die vier der Schwerter ist nämlich so eine Energie von Krankheit, oh, man fühlt sich nicht gut, man fühlt sich ausgelaugt, erschöpft, oh, Liebeskummer, man ist so, ich kann einfach nicht mehr, ne? Die vier der Schwerter, die zeigen wirklich, hier muss was passieren, du musst wieder auf die Beine kommen, ja? Ass der Kelche. Wisst ihr was? Das Ass der Kelche symbolisiert im Tarot das Herzchakra, welches vorhin schon gefallen ist. Liebe ist das Herz dieser Angelegenheit. Ihr liebt euch noch immer. Dein Herz ist das Zentrum in deinem physischen Körper, das am stärksten auf die Liebe ausgerichtet ist. Du kannst ohne Sorge und mit offenem Herzen Liebe zulassen. Guck dir das an. Du bist aber gerade voller Sorge, dein Herzzielein ist verletzt, ja? Also du bist genau das Gegenteil von dem, was die Engel dir empfehlen. Du hast dein Herz erdicht gemacht. Du bist skeptisch geworden, du vertraust nicht mehr, du fühlst dich nicht gut. Im Gegenteil, du hast Liebeskummer. Du sagst, ne, ich will das alles nicht mehr, ich ziehe mich zurück, ja? Aber dein Herzchakra darf hier wirklich wieder gestärkt werden. Ihr wisst, Mädels, Rosenquarz, Stein der Liebe. Die Engel sind jederzeit mit perfektem Schutz und Führung an deiner Seite. Das passiert nicht ohne Grund. Da schweben Engel neben dir, ja? Die genau diesen Weg für dich gewählt haben. Du sollst genau diesen Weg gehen. Und das ist alles Teil davon. Das ist ein wunderschöner Gedanke, finde ich. Wunderschön. Ja, wir würden immer gerne, das Leben wäre gerne ein Wunschkonzert, ich hätte es gerne so und so, eine Zehmer auf Schleife, das Lieblingslied, aber so ist es nicht. Ja? Im Radio kommen auch manchmal Lieder, wo man sich denkt, ach, Jemini, wer hört denn das? Ja, dann lässt es kurz laufen und dann kommt danach wieder ein Lied, was dir gefällt. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Aus schönen und nicht so schönen Dingen. Und hier ist gerade kein Kontakt, aber es wird wieder Kontakt kommen und dein Herz darf daran auch wieder mehr glauben. Du musst nicht so leiden, wie du gerade leidest, sagen deine Engel. Vertrau uns doch ein bisschen. Wir haben dich an der Hand. Du könntest deine Augen schließen und wir würden dich genau dorthin tragen, wo du hingehörst, weil deine Seele diese Erfahrung machen möchte. Ja? Und auch diese Situation mit ihm, auch das will deine Seele erfahren. Und auch das wird irgendwann enden, denn es ist eine Pause und jede Pause endet irgendwann. Mal ist es eine 5-Minuten-Pause auf der Arbeit, da reicht es gerade mal für eine Zigarette, manchmal ist es 2 Jahre Pause, weil der Künstler kein neues Album macht und dann kommt er doch wieder nach was weiß ich wie viele Jahren wie Helene Fischer oder aber manchmal ist es auch wirklich eine sehr, sehr lange Pause. Aber Zeit ist in dem Sinne relativ. Wie gesagt, ob es 5 Minuten oder 15 Jahre sind, wichtig an der Geschichte ist, diese Zeit war notwendig. Und das ist deine Botschaft. Die Pause wird enden und du darfst darauf vertrauen, dass sie notwendig war. Botschaft Ende, meine lieben Team Sunshine. Das war meine Energie für euch heute Abend, wann auch immer du das Video geschaut hast. Es war in diesem Moment für dich bestimmt. Und ich freue mich im Gegenzug natürlich total über eure Likes für das Video, über eure Kommentare, fast schon am meisten, weil ich es liebe zu sehen, wer meine Videos schaut hier im Team Sunshine. Abonniert den Kanal, dann sehen wir uns morgen Abend auch wieder, wenn ihr möchtet, zum Daily Date, wie wir immer so schön sagen, zur neuen Energie, die dich vielleicht dann auch finden soll, wenn du sie zu Augen bekommst. Zu Augen bekommst? Ja doch, kann man so sagen. Meine Lieben, macht euch einen wunderschönen Abend. Ich bin immer für euch da, auch gerne in der privaten Legung. lovelysun.de Da findet ihr Möglichkeiten, eine zu buchen. Und bitte lasst euch niemals anschreiben von irgendwem oder so. Das ist alles Fake-Accounts. Bitte, bitte, bitte. Also Legungen, private Readings, gibt es nur und ausschließlich über meine Website. Genau wie alle Kartendecks, die ihr dort bestellen könnt und, und, und. Ja, also niemals anschreiben lassen. Und noch was, niemals vergessen, Always smile and shine.